Willkommen auf dem Kanal Die Richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den Enders Boston Black 2 Turbo Gasgrill sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich mit. Ich empfehle Ihnen auch unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Denn Grillen ist keine Wissenschaft. Ganz egal, ob du im kleinen Kreis grillen möchtest oder zu einem großen Barbecue einlädst. Die Grills der Boston Black Serie machen das Grillen zum entspannten Vergnügen. Vom 2-Edelstahlbrenner-Gasgrill bis zur 6-Edelstahlbrenner-Batterie befeuerst du stressfrei jedes Grill fest. Schließlich ist die Boston Black Serie jetzt auch mit TurboZone und Heatrange ausgestattet. Mit diesen Top-Technologien hast du zusammen mit dem umfangreichen Zubehör immer die richtigen Eisen im Feuer. Heatrange. Konstante Temperaturen für Niedrig- und Hochtemperaturgaren. TurboZone. 800 Grad Celsius TurboZone mit Infrarot-Mesh erreicht turbosnell extra hohe Temperaturen für scharfes Anbraten. Switchit. Gussrost mit herausnehmbarem Rundelement bietet vielfältige Grillmöglichkeiten. Eigenschaften. Unempfindlich gegen Sonnenlicht, langlebig und resistent gegen Wind und Wetter. Kleine Helfer für Grillpartys. Grillzange, Gabel und Wänder aus Edelstahl mit Soft-Touch-Beschichtung. Alles eine Frage des Einsatzes. Verfügbare Einsätze. Seargate, Pfanne, Pizzastein und Geflügelbräter. Hochwertiges Polyestergewebe. Atmungsaktive PU-Beschichtung ist reißfest UV-beständig und wasserdicht. Faltbare Tasche. Magnetischer Verschluss und Henkel für Transport und platzsparendes Verstauen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der Grill fasst nur 5 kg Gasflaschen. Die recht ungleichmäßige Hitzeverteilung. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Gasführungen sind gut geschützt. Von den Abmessungen genau richtig. Die Abtropfroste sind aus Edelstahl. Die Bedienungsanleitung ist verständlich und übersichtlich. Die Wärmeverteilung bei der Turbo-Zone habe ich für gut befunden. Die umklappbaren Seitenflächen. Die Qualität ist sehr gut. Die Grillfläche ist groß genug, um bequem zu grillen. Dank der Turbo-Funktion gelingen Steaks perfekt. Damit ist unser Test des Enders Boston Black 2 Turbo Gasgrill nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!